So, heute gucken wir uns an, wie wir Keyfarben aus einem Bild generieren. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute geht es um ein kleines Framework, beziehungsweise um eine kleine Library, mit der wir bestimmen können, welche Keyfarben, also welche Hauptfarben in einem Bild vorhanden sind, um den Hintergrund auf einer Webseite entsprechend einzufärben. Das ist ziemlich cool, ziemlich praktisch. Man kann damit natürlich nicht nur den Hintergrund einfärben, sondern auch Schriften, andere Elemente und so weiter, um das Interface entsprechend eines Bildes anzupassen. Zum Beispiel bei Produkten, bei Albumcovers, bei verschiedenen anderen Bildern ist das sehr praktisch, um ein stimmiges Bild zu schaffen, um nicht abhängig von den eigentlichen Keyfarben der Webseite zu sein, sondern passend zu dem jeweiligen Inhalt die Keyfarbe zu bestimmen. Das Ganze ist, wie gesagt, nicht schwer, deswegen legen wir direkt los. Wenn ihr denn noch Fragen oder Probleme oder sowas mit diesem Video habt, unten in der Videobeschreibung ganz oben findet ihr einige zu Discord, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen Video. Wie gesagt, geht es heute darum, die Vibrant Color oder die Key Color aus dem Bild herauszugreifen, um seinen Hintergrund in diesem Fall zu stylen. Hier seht ihr schon, ich habe hier ein wunderbares kleines Bild mit so einem Handy und die Hintergrundfarbe ist so ein Braunton, was auch zu dem Bild etwas passt. Ich würde jetzt persönlich ein bisschen mehr in das Rote gehen, aber es ist wahrscheinlich einfach mathematisch bestimmt die Vibrant Color aus diesem Bild. Wenn ich jetzt einfach mal klicke, werden durch Zufall wird ein anderes Bild ausgewählt. Hier ein grünes Bild und ihr seht, die Hintergrundfarbe hat sich zu grün geändert. Und wenn ich nochmal klicke, ist das ein Bild mit Kirschblüten, was heißt, jetzt ist der Hintergrund so ein pink-rosa Ton. Was heißt, wenn ich jetzt klicke, wird das immer per Zufall einfach ausgewählt und das ist das, was wir heute bauen werden. Das Ganze kann natürlich nicht nur dafür eingesetzt werden, wie hier einfach den Hintergrund zu stylen, sondern ihr könnt das natürlich auch abwandeln für Headlines, für bestimmte andere Elemente, die einfach in einer bestimmten Farbe passend zum Bild dargestellt werden sollen. Aber wie beginnen wir damit? Grundsätzlich werde ich jetzt erstmal kurz die Entwicklungsumgebung erklären. So und los geht's mit dem eigentlichen Video. Wie immer findet ihr hier an der Seite meine Standard-Entwicklungsumgebung. Das Einzige, was besonders ist, ist, dass wir in dem Distribution-Ordner in Assets einen Image-Ordner haben. In diesem Image-Ordner haben wir drei Bilder mit 1, 2, 3 und dann jeweils JPG. Mehr machen wir hiermit nicht. Falls ihr nicht genau wisst, wie das hier alles funktioniert, unten im Videobeschreibung ist ein ausführliches Video, das das erklärt. In unserer Index-HTML habe ich im Prinzip hier unten nur ein Bild hinzugefügt. Alles andere ist die Standard-Entwicklungsumgebung. Was heißt, hier oben lade ich unsere CSS. Hier unten lade ich unser JavaScript. Hier lade ich eine Schrift, die dieses Video theoretisch komplett irrelevant ist und nur standardmäßig meine Entwicklungsumgebung hinzugefügt wird. Und hier haben wir unsere Main-Sass. Hier ist im Prinzip auch alles Standard. Und hier unten habe ich lediglich dem Bild eine Größe mitgegeben und runde Ecken gemacht. Aber ich mache hier nichts Besonderes. Was heißt, auch unsere Main-Sass ist komplett irrelevant, dieses Video. Lediglich unsere Function-JS müssen wir bearbeiten. Und das Erste, was ihr machen müsst, ihr müsst eure Konsole öffnen und natürlich Node Vibrant installieren. Und dazu müsst ihr einfach nur npm i unter Node Vibrant eingeben und das Ganze wird installiert. Das Nächste, was ihr macht, ist auch die Standard-Version. Was heißt, man importiert das Ganze erstmal. Was heißt, Import-S-Vibrant vom Node Vibrant. Das Nächste, was wir machen, ist, wir müssen einige Punkte definieren. Und zwar sagen wir als erstes, wir definieren unseren Body und zwar als Document.get und dann Element by ID. Und ich habe dem im Vorfeld schon eine ID namens Body gegeben. So können wir ihn definieren. Das Nächste, was wir machen, ist, wir definieren unser Image. Das sage ich ebenfalls mit Get Element by ID. Und ich habe im Vorfeld unserem Image die ID Build gegeben. Das heißt, hier in der Index.html seht ihr, okay, hier habe ich die ID Build für unser Image Tag und für unser Body Tag habe ich hier die ID Body. Das heißt, das Ganze können wir schon mal so abspeichern. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir definieren uns eine Funktion. Und zwar eine Funktion, die nennen wir Random. Das heißt, wir öffnen eine Error-Function und sagen jetzt hier, okay, was machen wir? Wir sagen Return Math.Floor. Was heißt, wir wollen eine Variable haben. 3 plus 1. So. Das ist einfach eine absolute Standard-Funktion sozusagen. Hier habe ich erst mal Mist gebaut und hier das aufgemacht. Das war natürlich falsch. Und hier muss ich noch Random hinzufügen. So. Was heißt, diese Funktion, die hier steht, ist eigentlich für den Effekt irrelevant. Es returnt uns nur eine Random-Nummer zwischen 3 und 1. Was heißt, hiermit könnt ihr einfach einen Random-Wert generieren. Wie ihr es gerade gesehen habt, dass einfach eines dieser drei Bilder aufgerufen wird. Für das Video als solches ist das irrelevant. Deswegen schreiben wir das einfach nur da unten hin und fangen jetzt an mit dem eigentlichen Element. Und zwar sagen wir Body.AddEventListener. Hier fügen wir einen Klick hinzu und sagen, wenn das Ganze geklickt wird, soll eine Funktion gestartet werden, die uns als erstes, was wir machen, mit LetImage eine Random-Nummer generiert. Dazu sagen wir, rufen wir einfach unsere Random-Funktion aus. Was heißt, unsere Image-Variable hier hat jetzt einen Wert zwischen 1 und 3. Und damit können wir arbeiten. Und zwar als erstes, was wir machen müssen, ist, auf der Repository-Seite, die findet ihr hier, könnt ihr einfach jetzt hingehen und sagen, okay, ich habe hier meine verschiedenen Variablen. Die sind hier alle nochmal erklärt. Und vor allem diesen Part hier. Den werden wir uns jetzt genauer ansehen. Wer sich hier genauer durchlesen möchte, der kann das Ganze auch unten in der Videobeschreibung anklicken. Dort habe ich alles verlinkt. Als erstes öffnen wir nämlich unser Vibrant Element und sagen hier from. Und zwar machen wir hier diese Klammern auf und sagen Assets, Image und hier Dollarzeichen geschweifte Klammern. Ebenfalls Image, weil unser Wert zwischen 1 und 3 und sagen JPEG. Und rufen so das Bild auf, von wo er im Prinzip die Informationen sammeln soll. Das nächste, was wir haben, wir sagen got get palette. Und hier sagt er jetzt, okay, such uns hier von die Colorpalette raus. Und wenn das Ganze fertig ist, dann soll er uns mit Zen etwas ausgeben. Und zwar in unserem Fall die Palette. So. Soll er uns ausgeben. Und zwar so. Und wir sagen jetzt hier console.log, Klammer auf, Klammer zu. Und geben uns die hier einfach mal aus. So. Speichern wir ab und lassen es hier mal laden. Und wenn ich jetzt hier hinklicke, dann funktioniert irgendwas nicht. Was funktioniert nicht? Ich habe hier das Zen falsch geschrieben. Das ist natürlich selten dämlich. So muss es funktionieren. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, seht ihr, ihr kriegt hier unten eine Konsolenausgabe. Die gucken wir uns jetzt mal etwas genauer an. Deswegen mache ich es mal etwas größer. Wenn ich das Ganze öffne, seht ihr hier Dark Muted, Dark Vibrant, Vibrant Muted. Was heißt, ihr kriegt jede Menge Farben. Und hier drin kriegt ihr zum Beispiel also blau, gelb, rot oder hier auch komplett RGB. Was heißt, einen kompletten Stray, also drei komplette Werte. Was heißt, ihr könnt so wunderbar damit arbeiten. Was heißt, wir können jetzt das schon mal unserem Body geben. Das heißt, wir sagen jetzt hier einfach nur Body.Style.BackgroundColor gleich und dann wieder diese Klammern auf. Klammern sage ich schon Anführungszeichen auf und sage hier RGB, Klammer auf, Klammer zu, Dollarzeichen, geschweifte Klammern, sodass wir auf unsere Palette auch zugreifen können und sagen jetzt hier Palette Punkt Vibrant Punkt. Beispielsweise können wir jetzt einfach sagen RGB, eckige Klammern auf, 0. Was heißt, den ersten Wert aus RGB nehmen wir jetzt. Das Ganze kopieren wir uns jetzt hier. So, machen hier hinter einen Komma. Was heißt, jetzt sagen wir, okay, nimm den zweiten Wert, hier hinter auch ein Komma, zack, hier eine 2 rein und den dritten Wert. Wenn wir das Ganze jetzt so abspeichern, dann nimmt er sich schon mal die Hintergrundfarbe und legt die auf unseren Body. Was heißt, wenn ich jetzt klicke, verändert sich das. Allerdings wird unser Bild noch nicht angezeigt. Was heißt, das müssen wir jetzt machen und dafür können wir das hier erstmal rauslöschen. Das brauchen wir nicht. Und wir sagen jetzt einfach nur image.src gleich. So, und können es quasi einfach nur das hier oben einmal rauskopieren. Das heißt, wir legen jetzt hier unten wieder unseren Pfad drauf, speichern das Ganze ab, geben jetzt im Prinzip unserem Image Tag den Bildpfad mit, den wir auch hier oben nutzen, um den Hintergrund auszulesen. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, kriegen wir unser Bild ausgegeben und die passende Hintergrundfarbe. Das heißt, wenn ich jetzt hier klicke, seht ihr, springt einfach per random zwischen den Bildern hin und her und ich kriege die passende Hintergrundfarbe ausgegeben. Das Ganze funktioniert wunderbar. Ihr müsst natürlich nicht auf den Hintergrund beschränkt sein. Das heißt, ihr könnt ja auch hier einfach ein Bild, eine Bildunterschrift hinzufügen, die passend zum Bild gestylt werden soll, ein anderes grafisches Element, eine Headline, einfach nur eine Border oder irgendetwas oder vielleicht einfach Links in einem Blogbeitrag, das passend zum, also die passend zum Titelbild gestylt werden. Das heißt, ihr könnt es einfach komplett random, wie ihr Lust und Laune habt, vergeben und euer Design etwas interaktiver und etwas flexibler gestalten, indem ihr so eine kleine Library einfach benutzt und das Ganze, wie gesagt, mit ein paar Zeilen JavaScript wirklich cool gestalten könnt. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, wie immer unten in der Videobeschreibung, Facebook, Twitter, Instagram und natürlich Discord. Und wenn ihr diese Channel unterstützen wollt, schaut doch mal auf Patreon oder auf Amazon Affiliate vorbei. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.